hat TikToker Yinkit etwa zwei Menschen erschossen. Auf der beliebten Social-Media-Plattform ist Ali Abolaban, wie der Webstar am echten Leben heißt, sehr erfolgreich. Mit seinen humorvollen Comedy-Videos erreicht die Internetpersönlichkeit regelmäßig rund 940.000 Follower. Besonders durch seine Imitation der Filmfigur Tony Montana aus dem Klassiker Scarface gelangte er zu Bekanntheit. Nun soll Yinkit seine Ehefrau und einen weiteren Mann in ihre Wohnung erschossen haben. Wie San Diego Union Tribüne nun berichtete, soll der 29-Jährige seine Frau Anna Abolaban und einen weiteren Mann namens Reben Kadenas Beren am 21. Oktober ermordet haben. Nachdem Yinkit von seiner Partnerin gebeten wurde, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, habe der Angeklagte eine Abhör-App auf dem Tablet seiner fünfjährigen Tochter installiert. Einige Stunden später habe er dann schließlich seine Frau mit einem fremden Mann reden und lachen gehört. Yinkit glaubte wohl, dass Anna ihm fremdgehe, weswegen er die beiden wenig später in der Wohnung des Opfers erschossen haben soll. Wie die Tageszeitung schildert, soll der TikToker am Anschluss seine Tochter von der Schule abgeholt haben, während er die Tatwaffen noch bei sich trug. Yinkit selbst plädierte bisher jedoch auf nicht schuldig und streitet weiterhin alle Vorwürfe ab. Das Verfahren ist noch im vollen Gange und zur Lösung des Falls wird weiterhin ermittelt. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen, tips-at-promiflash.de Hierzu wurden keine Artikel gefunden.